die hallo leute und willkommen zu einer weiteren folge von sie sind hier letzten stehen geblieben und machen auch glaub ich mal direkt weiter aber erstmal muss ich ihnen um grafik anzeigen weil ich habe irgendwie immer 20 fps genauso wie bei den ganzen ich will einfach sagen stell dir auf niedrig damit es halt ein bisschen flüssiger läuft ja ok besser hier waren wir zwei auf und in der letzten vorigen gab es ja sehr 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 viel gelaber außer wo wir schon auf die Bezahlwecke gekommen sind aber das war doch nicht das längste deswegen aber ab jetzt oder gleich folgt dann auf Action schlug und ich bin sorry das ist so viel Lava du darfst nicht bei den Dingens wenn die grad reden darfst du nicht reden ok sonst verstehen die gar nicht was sie labern ihr müsst ey ok ich laber gleich weiter und zwar wir haben hier so eine kiste stehen weil ich halt nicht so n wenn ich ein Mikrofon habe wie die anderen alle ich habe ja so eine kleines Mikrofon jetzt habe ich hier so eine kiste stehen damit und damit man uns wenigstens laut genug gehört und die sieht halt nicht halt wie ich spiele auf dem Laptop wie manche wissen und sie sieht das halt nicht so schlecht oder sie sieht halt schlecht ne deswegen also nein ich bin nicht blind oder so aber ich sehe das wegen der Kiste nicht so gut ja aber ich würde sagen gib mir mal da rein und mein gewusstere geht immer noch weiter wie in der letzten Folge ne hey hey Jumei how are you baby Jackie you know my parents don't want you to talk to me your parents don't even know me once we get to know each other they'll love me leave him alone leave him alone i'm gonna call the cops hey you don't talk stop it get off him i don't care who you are let go Jackie ok ach du scheiße ich mach die fertig hier die haben meinen Freunden gegriffen ne was Junge ne bam bam ey bam ah fuck bam bam in die Kauleiste bam der ist auch da bam ich würde liegen bleiben bam an der eben steige wut ich würde liegen bleiben an der eben steige wut 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 bach wut wut was kommt jetzt wir machen die alle fertig wut geht dann packen wir dich d uh vermutzei stamm aus albert mit an und jetzt kommt er jetzt auf die Fresse ich glaube ich habe aber egal BAM komm her Du auch gegen die Tür? Und du? Was ist dein Leben denn noch? Bist du jetzt endlich mal tot? Oh, 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 oh Der ist hart, oder? Ne, nicht für mich Bam Siehst du doch Kung Fu Reden wir mit Winston Here we are Winston's mom owns the restaurant Where the fuck do you think you're going? Relax, man This is Wei Wei Shen I told you about him, remember? Fuck We can't keep track of your bullshit friends, Jackie No, no outsider He's not an outsider He's from Old Prosperity Like us Like us, Hochi all day Why he's old school, you know? I grew up with the guy Oh, Prosperity, huh? Why do you think I'm gay? What the fuck just said? I've been on vacation Oh, Jackie die He No, no, no You should've seen it, Winston Der hat sich nur 10 in der Markt geboten. Ja, Mann. Sie haben uns geboten. Sieht mir, du kannst du besser helfen. Was ist das? Winston, ich mag dieses Cocky-little-Fucker. W-w-w-w-wait, w-w-w-w-w-w-t-a-min-it. Dang Yat-san, ich bin, ich bin, ich bin. Du hast eine, die Frau, nicht? Ja, Mimi. Mimi, Mimi Shen. Ich erinnere mich. Ich hab mit alle Leute. Keine Entschuldigung. Das ist so schwer. Wo ist sie jetzt? Sie ist tot. Entschuldigung. Also, 10 Leute, oder? Sie fühlen uns? Sie sind verrückt. Probierbar. Wir sehen uns. Conroy. Weißt du, das Problem, das wir im Markt hatten? Wollt ihr mit dir wegnehmen? Hey, Jackie. Gib mir noch einen Moment. Ich will mehr über deine Freunde hören. Das hört sich schon mal nicht gut an. Okay. Willst du ein schwerer Typ sein? Mal sehen, ob du dich selbst anhalten kannst. Dude, siehst du, was er hat. Great. Das ist alles. Ich mach die fertig, Leute. Ich mach die fertig. Ich mach die fertig. Ich mach einmal links, rechts und dann... Okay, anscheinend müssen wir jetzt kontern. BAM! Nein, scheiße. Hey, du denkst du, dass du kämpfst? Wie geht das? Wie geht das? Komm mal, Cowboy! Komm mal, Cowboy! Kannst du ihn? Scheiße, hm? Let's see. Der hat... Jetzt kommt er wieder. Warm, Junge. Okay. Ich mach dich. Warm, Junge. 如梵者, Bl hass, kasschen! Vier, Ohhhhh. Ich dachte, es ist der ninguna, ist die ganze Zeit. Hat mich sicher nicht capsperr ouvert. Kohle. Oh! Hey, what are you doing? Boss, we were just leaving. Let's go. And it was just getting interesting too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family? What do you want, dog eyes? Winston, wait, wait, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both sung on eat. Both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen, back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Eh, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, 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 whoa. Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei. I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got C.O.R. in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. Used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not dog eyes. Got it? Got it, boss. Momandai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Ich auch. Und zwar, dass hier die Folge wieder vorbei ist. Wir sind jetzt auf dem Nachtmarkt. Ich würde sagen, den gucken wir uns im nächsten Part an. Ansonsten, wenn euch hier der Part gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bustype-Bewertung freuen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um mich zu unterstützen und keinen Part mehr zu verpassen. Und dann sage ich nur noch heute rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.